Sobald Sie ein neuer Patient sind und untersucht wurden, können mögliche Behandlungsoptionen empfohlen werden. Das California Center of Reproductive Medicine liefert Ihnen alle potenziellen Fertilitätsbehandlungen für ein gesundes Baby. Wir bieten zum Beispiel In-Vitro-Fertilisation für Eltern, für die dies die beste Methode ist, um schwanger zu werden. Wir bieten Leihmutterschaft, wenn dies erforderlich ist, um eine Schwangerschaft auszutragen. Wir bieten auch Eizellenspende, wenn dies notwendig ist, um ein Baby zu bekommen. Unser IVF-Labor ist auf dem neuesten Stand der Technik. Wir bieten ICSI, Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, bei der jede einzelne Eizelle mit einer einzelnen Samenzelle befruchtet wird. Wir bieten auch eine hochmoderne Blastozystenkultur. Studien haben nachweislich höhere Schwangerschaftsraten ergeben, wenn der Embryo im Blastozystenstadium transferiert wird. Wir sind auf genetische Präimplantationsdiagnostik spezialisiert. Dieses Verfahren kann Ihnen helfen, ein gesundes Baby zu bekommen. Wir bieten Geschlechtsauswahl sowie Fertilitätserhaltung für Patienten mit einer Krebsdiagnose. Wir bieten auch andere Behandlungen wie Ovulationseinleitung und intrauterine Insemination. Wir laden Sie herzlich zu einer Besprechung der Behandlungsmöglichkeiten ein, um Ihnen zu helfen, ein Baby zu bekommen.